Deine Familie kommt mit, wie lange, wann kommst du, wie lange bleibst du? Das sind so die Fragen, die sich jeder gerade, wie lange bleibst du in Deutschland? Auf jeden Fall ein paar Monate, glaube ich. Ich meine, die Saison ist relativ lang und dann vielleicht noch ein bisschen mit Ran. Hey Ran, das ist mein kleines Bewerbungsgespräch. Wenn ihr Zeit habt, sagt mir Bescheid, dann komme ich in die Sendung. Okay, nice, nice, I like, I like.